Musik Immer noch im Geschäft Still in business Nothing free Weren't those monocles free? Hey Wally What was the deal with all the crazy maps on Monkey Island? I made the map to the secret and a darn good one I might add But what other people do with it after purchase is not my legal responsibility Why didn't you tell me the map said the secret was right across the street? That would have saved me a lot of time Sorry but I was all NDA'd up on that one Hmm Have you got a sea map of the local area? Can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem I'll also add a few extras The ship tracking feature is going to blow your mind It's a little trick I know You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time like me Be careful the last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again And Bermuda can chill you to the bone Not many pirates want to head up there Oh and when you get to the island say hi to Elaine for me Thanks Wally And sorry about blowing you up that one time Hmm It's a little bit of a look at Monkey Island 2 Where we have the cards between the different islands Yes So I said we need a ship And then talk about Stan We'll go first through the city Yeah Oh a fish shop Now it's a fish shop Look at the Kodzooa Then look at the fish there isn't We feature the freshest fish on the block And the freshest company as well Whether you're here to buy Or just past the time We don't mind Though of course we do prefer it if you make a purchase Didn't you guys used to be the pirate leaders? It's me Guybrush Threedwood Ah I thought when we spotted him skulking around town That he looked passing familiar Hmm How come you retired from pirate leadering? Well now sometimes retirement is not so much a choice As a thing that settles upon you Like being becalmed at sea But it's allowed us to open this place And pursue our passion for fishing So perhaps less like a calm And more like a strong wind Blowing in a particular direction Have a look around, why don't you? Now look at them Look at them For the shoulder over the door Very good That's an interesting mounting method Caught that one trying to escape Guck mal Sushi How much for the goldfish? Sushi's a pet She's not for sale at any price Is of course not for sale at any price Is of course not for sale at any price Yeah So she is from the dance What are these blobby guys? Toadfish 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 No relation to actual Toads It's a copy of at the end of the plank Oh, ein Geschenk von einem guten Freund. Ich habe es noch nicht noch nie gelesen. Kann ich dieses Buch kaufen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Was ist diese Flagge, mit all den Hubschrauben? Bela Fisher? Das war Bela Fisher? Das ist die Flagge für's. Bist du die Hubschrauben? Für die Hubschrauben? Für die Hubschrauben? Es ist zu lange. Die Hubschrauben ist aus dem Bage. Da kommt's. Da kommt's. Ja. Can I join the chums? Well... Please? Have you got any good fish stories? Yeah! One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me. Make it a whale. It'll be better. Take this fishing lure. Other chums will have these too. On their clothes or displayed somewhere. Go out and find them. Show them your lure and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can. Then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scum bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Guck mal, die Fischung muss man mal an, wenn man mal rechtkommt. Also jetzt haben wir das Angelzeug. Schleimfischer. Some folks like to cut off the pointy parts before eating. But that's a personal choice. So Schleimfischer, Krötenfischer. Are these eels? Hagfisch. Very tasty. But don't let them get round your neck. They have Hagfisch, Toadfish, Slimehead, Bloater and Lumpsucker. These are tremendous. What are they? We don't actually know. Found them at the bottom of the shipment. What are these little yellow guys? They're Lumpsuckers. Easy to eat and great for sucking out cysts and boils. They look great. But I don't have a wheelbarrow. Hmm. There's still the blue one. Are the blowfish for sale? No indeed. These are for personal use. They're excellent for burpen contests. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish. Hmm. Hmm. Guck mal ob die Fische jetzt. Die Augen. So that was... Well done. I hereby declare this a draw. Is there... Worum... Is there... Is there advice that everybody in the mouth got washed out? Yes, yes, and not. And their eyes... ... and their eyes... So we need something so that we can get better捻ers. Yes. Gros. Ah, er hat seinen Kopf. Er guckt doch mal dahinten, was das alles für Fische sind. Ein schöner Fisch. Nicht die Größe, Fuglia. Der Fisch ist der größte Fisch. Er hat 17 guter Säler und 3 Dinger. Er hat einen grünen. Die Flöder sind wirklich lustige Fisch. Du sagst das jetzt. Aber warte, bis du allein bist. Und du in eine Fierce Norte. Die Flöder sind wirklich lustig. Ja, das ist ein Wart. Oh, das ist ein Wart. Ich glaube, das ist ein Wart. Was das die Fisch auf da? Das ist ein Wart. 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 Warten wir. Gucken wir ganz oben. Das blaue. Eins hoch. Gibt es hier kein Wart. Guck mal hier das grüne. Was da? Nein. Nein. Diese Bücklinge saugen alles aus. Du kannst versuchen, mit dem Bückling diese Avocado-Pampe auszuschlupzern. Aber... Ich würde gerne etwas Lump-Suckers kaufen. Sie sind kalt kleine Fäller, nicht wahr? Hier ist eine Box voll. Es sollte viel sein. Du willst mich für einen Tab für dich? Klar. Danke. Danke. What do you feed her? Feed her. What do you feed her? Feed her. Feed her. Deswegen nehmen wir das Katzen... Wie ist das das? Hinderfutter? Hm. Hm. Ich würde jetzt rausgehen erstmal. Ja. Klasse. Voll. Rutter. It seems to be stuck closed. Hm. Da kommen wir nicht mehr rein. Gehen wir in den Knast. Hey, Geilbrusch! Oh, zerstörte Zelle. Mhm. Stan. It says, jail rules. One. No escaping. Two. No earthquakes. Keine ESPs. Zwei Regeln. Okay. Otis, Otis, Otis. What are we gonna do with you? I didn't do anything this time. I was framed. Where's Stan? Did they let him go? No. Stan got sentenced to hard time. Did you know he was representing himself? I've heard that's unwise. They took him to the ice quarry. On Bermuda. What did you do to get arrested this time? Nothing. I was just standing there minding my own business. Applying for earthquake relief. Did you know you're only allowed to do that once? There is no justice. Are you worried the rest of the building okay then? Yes. You think you could spring me again? I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. And he doesn't seem to have the story quite right. Of course. The truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Let's visit again soon. Have your people. Call my people. Don't call us. We will call you. Oh, here comes no more. No water. No water. No water. No water. No water. No water. Welcome back. Hello. Hello again. Would your mother perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an Old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Have you heard of the Golden Keys? Sure. My mother had one of them. Had? She left it to me in her will. Mm-hmm. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. Hmm. Hmm. Can I get another key mate? Sure. Just write down the serial number and give it to me. No. Are you in the chums? If I were, would I tell you? Greetings fellow chum. Greetings fellow chum. Have you a story to share? One time. My ship was swallowed by a whale. Hmm. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Did someone get married? Or killed? Or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Wanna give it a try? Okay. One time. My ship was swallowed by a whale. Mm-hmm. It's a little less than him. It's a little cool one. Mm-hmm. It's a little less than him. And then we escaped. Through the digestive system, ship and all. I think you've got a lock on it. I can tell it's early in your training. Find some other members of the chums. And they'll help you hone your skills. Okay. Hey. Hm? Hm? Das Buch da war was von dir. And also vicious. But it was my mothers favorite. At the end of the plank. My mothers. Please don't touch it. There are three. It already looks well fed. Probate order 1673832 pursuant to statute E, section C, subsection IS. By order of the court the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Hm. Der Herr Direktor Christian fragt, hey zusammen, wie ist das neue Monkey Island? Zwischenfazit? Ein gutes Adventure, wie ich finde. Eine Grafik, die bis auf den Guybrush-Street-Boot mir recht gut gefällt. Und mittlerweile hat es sich auch so Monkey Island-mäßig eingegroovt. Ja. Also vorher war es, das erste Kapitel war nicht dubios. Aber seitdem, äh, grooved ist. Ja. Also richtige Stimmung auf jeden Fall. Ja. Ich wäre für... Governor. Governor, not Elaine, wie auch immer. Kana. Oh. Steht in Tarts. I wonder what they're waiting for. Der Antrag für... Die Dingsbums-Lüter. Hey! Thanks, Carla. Good luck. Guybrush. Hi. I want to hear all about the secret, but I've got to go back to Scurvy Island right now. Let's talk later. Okay. Hm. Lass uns reden erzählen, was warum du bist. Weg. Wup, wup, wup. The Sea Monkey 2 is almost as nice. And it's a lot bigger. Guck mal da. Wie viel sind's? Mit Titel? Zwei, drei, vier... Sechs Stück. Hatten wir eigentlich. Fünf, sechs. Und hier Voodletricks gibt's. Und hier Voodletricks gibt's. The Lion Pirat hat eigentlich... Was hätte... Es war mir fast klar, weil... Wofür braucht sie das? Aber ich war mir nicht sicher, weil ich mich nicht erinnert habe, dass es das gab. Da ist die Krater über ihrem Kopf... Ja. Sieben, das Kochbuch. Ah ja, stimmt. Das haben wir ja. Ähm, wie was das Wasserstück? Ich war ein bisschen worried about the mansion being built on a precarious Cliff and all. The mansion's fine. And so am I. Thanks for asking. Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. But there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine, it's not real money anyway. I have to list a purpose. So, what's it for? That's the 2. That's the 3rd. Such the hands out. We need to get the shipyard fixed up. If you say so. This is just a promise from the town, to back your relief project at a later date. Don't get too excited. It's a lot of work being governor. I thought Stan would be there for sure. I thought Stan would be there for sure. No, he's still on... That's right. That's right. That's right. Will you not with the blue guy there? You're waiting for a quick relief? You're waiting for it. Not expecting. And you'd better not be looking to jump the line. Oh, I wouldn't dream of it. Those who cut, get cut. I think. Ganz am Ende die Rattenfamilie. Mhm. Dann ausguck. Ja, da ist ja nix. Ja, er nicht. Zum gleichen gehen mal gucken. Und... Der ist wieder. Der ist ja die Eule sitzt noch da. Ich könnte das immer wieder schreien. Aber das wäre nicht so viel Spaß für dich. Hi there little guy. Du beim Rutschat. Ich muss noch mal Quizkarten gucken. Wir haben jetzt mindestens schon zwei gekriegt. Es ist eine IOU für die Geld, um das Schiffwerk zu reparieren. Wir haben dieses Spiel schon von ihr gehört. Ich weiß. Aber ich weiß es nicht mehr. Captain Kate Capside. Viele Gefangene befinden sich im Eissteinbruch. Das kommt erst später, wenn wir Stan befreien. Wie viele Fragen hat das Zollformular? Haben wir noch nicht. Welche Vogel finden sich auf dem Gipfel von Bermuda? Noch nicht. Wo findet sich Cork Island? Was findet sich neben einer Sackers auf Terror Island? Das müssen wir alles noch abfragen. Guck mal, wir hatten die Karte. Müssten wir doch schon haben, oder? Wie die Karte? Haben wir nicht eine Karte vom Wully gekriegt? Ganz oben rechts. Ganz oben rechts. Ah, ja. Ich warte, bis ich wieder auf meinem Schiff öffne bin. Ach komm, ich bitte dich. So können wir die Frage nicht beantworten. Brrrr. Gehen wir zur Werbung. Ja. Jetzt können wir gucken. Da war doch seine Zahnbürste. Ein Bild? Hier ist eine geschlossene Bild. Diese Hälfte zeigt Stan selbst. Das muss das alte Zahnbürste sein. Das ist ziemlich spannend. Wulfgang fragt, wie oft hat Dennis Monkey Island 1 und 2 gespielt? Oder hat er ein fotografisches Spiel gespielt? Er hat ein M-I-Gedächtnis. Er hat ein M-I-Gedächtnis. Genau. Marco sagt, Dennis hat Monkey Island nicht einfach nur gespielt. Er hat es geliebt. Er hat es geatmet. Also Monkey Island 1, wie oft hätte ich das gespielt haben? Ich weiß nicht. 5-6 Mal. Monkey Island 2. Bestimmt auch. Hier mal. Vielleicht auch noch 1-2 Mal mehr beide. Ich habe ja alle die Special Editions gespielt. Also schon ein paar Mal. 3 habe ich glaube ich 2 oder 3 Mal gespielt. 3 Mal. Und 4 und 5 jeweils nur einmal. Das nimmt ab. Ja. Die ersten Musik. Ja. Würdest du noch mal mir einen Erfrischungsgedanken reichen? Ja, da ist auch noch was da. Ja, aber ich finde jetzt noch mal ein Kopienhaltiges benötigen. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es irgendwo eine Karte gibt. Du musst aufpassen. Wovor bist du denn hier? Ich war abgelenkt. Bitte. Ich finde es ja doch ein Karten, aber du brauchst sie ja nie an. Ist nicht zu? Er hat zwei Papageien jetzt. Hm. Roten Papageien und den grünen Papageien. Möchtest du die rote Pille oder die grüne Pille? Die grüne Pille. Guck mal, jetzt haben wir die Fahne von der Bella Dingsiebumsi da drin. Guck mal, erzähl mir über diese Flagge. Oh! Es ist ein super wertvolles Artifakt, das ich vorhin erwähnt habe. Eine von Bella Fischers originalen Piratenflaggen. Eine von nur drei, die zu existieren. Klau die Piratenflagge. Du bist noch nicht mal in den hinteren Teil vom Gebäude gegangen. So was. Hast du sie noch? Ja. Guck mal, was es jetzt ist, was davon liegt. Nur eine von drei hat er gesagt. Oh. Oh. Ja. So was. Guck mal, dass du die reale Flagge auf dem Display irgendwann bald? Oh, nein. Es ist zu wertvoll. Es bleibt definitiv in der Störeril. Es ist locket. Guck mal, ob das Schloss hier kann. Es gibt kleine Schrift. Neue Serial-Numberless-Lock. Es ist locket. Guck mal, dass es schön aussieht. Unglaublich. Es ist alt und die Bristeln sind frayed. Aber es ist eine Toothbrush. Ich glaube, sie haben den Stand ziemlich gut geführt. Sie haben einen tollen Job mit dem Klau. Ich glaube, es ist aus der Juice. Was? Das Verkleidungsgedicht hat keinen Sack mehr. Es ist locket. Was? Was? Eine Karte der originalen Karte zu den Tresstern von Big Whoop. Ich habe es von der Kartografer auf Low Street bekommen. Wahrscheinlich war er irgendwie in der Suche für Big Whoop. Alles, was Wally gemacht hat, ist, dass er von LeChucks Henchmen getötet wurde. Das ist nicht so, wie er es sagt. Du solltest über einen Forschungsassistenten erhören. Oh, ich habe es gemacht. Nicht bezahlt, natürlich. Intern. Im Moment, da war noch dieser Haken. Ach, Meethooks-Hackhack? ...that once belonged to the Dread Pirate-Meethook. Ja, schon, schon. Dennis, einmal mit Probeschüsse. Ist hier irgendwo eine Karte? Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Du müsstest weiter nach links. An der Tür des Toilettenhäuschens erst. Ich weiß gar nicht mal, welches Toilettenhäuschen. Ja, dann, ähm, du gehst doch mal weiter.